...Wettkampf und natürlich auch für Natalia Laschenova, die Siegerin des ersten World Cups in Nagoya, Japan, der vor zwei Wochen ausgetragen wurde. Nächste Teilnehmerin beim Felsprung, Li Yan aus China. Auch der Jochenko. Und da selbst mit ungeübtem Auge kann man den Unterschied zwischen einer Natalia Laschenova, einer hochkarätigen Leistung und diesem Sprung von Li Yan erkennen. Li Yan war Mitglied der chinesischen Riege hier bei den Weltmeisterschaften, die ja auf Rang 3 landete. Standprobleme zusätzlich. Dieser Sprung, der von sehr vielen Turnerinnen bevorzugt wird, ist benannt nach der früheren sowjetischen Meisterturnerin Natalia Yurchenko, die diesen Sprung mit der Radwende auf das Sprungbrett zum ersten Mal international gezeigt hat. Sie muss ein bisschen warten auf Ihre Wertung. Sechs Kampfrichterinnen müssen sich einig sein. Und hier die Note für Jan Li. Hier übrigens eine der früheren sowjetischen Meisterturnerin. Hilf mir Karl-Heinz, jetzt ist mir der Name entfallen, die Olympiasiegerin war. Kommt gleich drauf. So, nach diesem Sprung von Li Yan ist mir auch der Name der früheren Olympiasiegerin eingefallen. Natürlich ist das Ludmila Turiscev. Aus Bulgarien kommt die nächste Athletin am Stumpfagern. Es ist Christina Hanna-Jokawa. Da haben wir sie nochmal im Bild.